Endlich ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zu meinem Vlog. Ich musste mal dem Alltag ein bisschen entfliehen und bin in die Niederlande gefahren, meinen Vorsatz für 2023 wieder mehr zu reisen. Hier zeige ich dir ein wenig die Umgebung und das war so schön gemütlich. Das ist eine Sauna und ich konnte sie leider nicht benutzen, weil ich hier in frisch gestochenes Tato habe, beziehungsweise drei. Ja und hier siehst du noch ein bisschen von der Umgebung, da hinten war noch eine andere Sauna. In diesem kleinen Pipo-Wagen, Pipo-Wagen, Pipo-Wagen ist dein Bett. Das wäre mir aber jetzt zu kalt gewesen. Hier flippen wir ihn völlig aus. Er hatte so viel Freude. Man hat richtig gemerkt, wie viel Spaß dem das Reisen auch macht. Als ich meinen Camper beendete, habe ich das auch schon gemerkt. Ja und jetzt kommt eine kleine Mini-Room-Tour von dem Airbnb. Ich werde das auch mal verlinken. Es ist keine Werbung. Ich und das ist richtig cozy gewesen. Kleine Kirche, Wohnzimmer und jetzt geht's ins Schlafzimmer. Land Love Rule steht da. Und ja, hier sieht man nochmal das Wohnzimmer mit der wunderschönen Aussicht aus. Land. Bisschen ASMR. So schön, wirklich. Und ja, hier war eine kleine Notiz. So leave sparkles wherever you go. Und noch mehr ASMR. Noch mehr. Die Gastgeber haben dieses Shortbread zur Verfügung gestellt. Das kommt nämlich da aus der Region. Bahnfeld, Bahnfeld, Bahnfeld. Und das war so lecker. Oh mein Gott. Ich habe es geliebt. Und hier ist der Möni. Und es waren sogar Leckerchen und ohne Beutelbreit gelegt. Das snackt der Möni sich jetzt erstmal. Und ja, es ist gleichzeitig auch ein bisschen Noten aus. Und eher knabber, knabber, knabber. Und rausrennen. Yeah. Es war so süß, wirklich wie viel Freude er hatte. Und es war auch eine riesen Schaukel im Garten. Ach, das habt ihr am Anfang gesehen. Das war mein Reiseausbild. Und Winnie, ja, verfolgt mich überall immer mit hin. Und noch mehr Möni Bilder. Möni, 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 Möni. Hör mal, ich liebe den kleinen Knöpsel. Ja, ist er wieder ausgerastet. Und ja, ich sag doch mal nicht so viel zu jetzt. Dann ging es nach Null, genau. Ich habe einfach irgendwie einen Spazierweg am Wasser gesucht. Am Meer, 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 Meer. Und das war so ein, ja, Campingplatz, der aber komplett leer war. Vermutlich, weil es Winter ist. Ja, und das war wunderschön dort. Das hat sich richtig angenehm angefühlt, über diesen Sand zu laufen, weil der so richtig fluffig war. Und das sieht doch einfach aus, als wäre ich in Schweden, oder? Ich war zwar noch nicht in Schweden, aber so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Und Möni, Möni, Lize auch immer sehr im Wasser zu sein. Nicht nur am Wasser, sondern auch im Wasser. Ja, richtig schön. Da hat es mir echt total gut gefallen. Würde ich auch irgendwie noch mal gerne nennen, aber irgendwie möchte ich auch so nach dem Motto gehen, nicht zweimal an die gleichen Orte. Ja, hier habe ich diese Schuppe oder diesen Kratzer gefunden. War ein bisschen ASMR. Und wenn Möni am Wasser ist, ist er auch im Wasser. Ich wusste es. Ich dachte mir, noch so nett kann nicht sein, weil es ja schon ein bisschen frisch war. Aber er wollte rein. Ja, und er liebte Riesenstöcker und Äste. Und ja, das war so schön. Das hat mir richtig gut getan. Noch mehr ASMR. Und das muss ich auf jeden Fall auch aufnehmen. Schau mal bitte, wie schön das ist mit den Vögeln. Ich habe das früher schon so geliebt, wenn man das draußen so gesehen hat. Und ja, ich weiß nicht, das finde ich einfach unglaublich schön. Hier habe ich versucht, den riesigen Mond zu filmen, was natürlich nicht klappt. Aber irgendwie probiert es man trotzdem immer wieder. Das war der Weg zurück zum Airbnb. Auch richtig süß beleuchtet. Und ja, morgens aufgewacht war es richtig, richtig kalt ohne diesen Gaskamin. Aber ja, ein bisschen mit Möni kuscheln, 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 kuscheln. Der ist wirklich immer an meiner Seite, bis ich aufstehe meistens. Ja, wie gesagt, es war richtig kalt. Ich musste mir auch erstmal meinen dicken Pulli anziehen. Und dann das Fensterchen, oder das Ding am Fenster hochziehen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Oh, genau, genau. Aber man muss sagen, das Wetter war so unglaublich wunderschön. Ich bin so dankbar, dass so viel Sonne war und es auch nicht... Doch, es war schon sehr kalt, aber es ging noch. Ja, und hier laufe ich in das Badezimmer. Das zeige ich jetzt gleich auch nochmal genauer. Mach mich ready für den Tag. Ready für den Tag. Kleines, aber feines Badezimmerchen. Und genau, da war es auch sehr warm drin, wegen diesem Ding im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt, aber da kommt halt so Wärme. Ja, dann habe ich mich in... im Lagenlook angezogen, Zwiebellook. Und zeige euch meine Routine, weil das immer so für die interessiert. Momentan benutze ich von Salted ein Rasier... ein Rasierschaum, ein Schaum. Aber sonst benutze ich in letzter Zeit immer Ziegmilchseife und die ist extrem gut. Davon auch die Creme. Und... Also von der Firma, dann von Kess ein... eine CC Cream. Die ist auch sehr, sehr gut. Und Augenbrauen. Ich weiß gerade nicht, von welcher Marke. Augenbrauen gel in letzter Zeit. Und Mascara, 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 Mascara. Ein wenig Klippenstift. Und ich kann machen, was ich will morgens. Ich sehe auch mit Make-up komplett müde aus, wenn ich müde bin. Also... Ja. Aber okay, hier benutze ich noch ein anderes, weil ich das... Ja. Beide alleine bringen irgendwie nichts. Also, falls ihr ein gutes Augenbrauen gel kennt, sagt mir da mal gern Bescheid. Von Kess und Duos. Und Lipstick Rose. Boah, ihr müsst an diesem Parfüm riechen, wenn ihr könnt. Das riecht einfach nach Lippenstift. Nach so leckerem Lippenstift. Ja. Dann meine Söckchen und fertig. Und ich sehe immer noch komplett müde aus. Dann meine zwei Ketten noch. Und hier lasse ich den Böhnchen raus. Ja. Ich muss zugeben, es war extra für die Aufnahme. Aber... Ähm... Ja. Dachte ich, ist ganz cute. Guck mal, wie schön. Das war ganz früh morgens. Noch so ein bisschen Tau auf dem Rasen. Einfach wunderschön. Wunderschön. So, und an diesem Tag ging es dann nach Amsterdam. Mitte und... Ja, das war crazy. Aber ich muss sagen, die waren so hundefreundlich da. Also, der durfte mit in jeden Laden. Und... Das fand ich richtig schön. Und es ging auch von der... Von den Menschenmengen her. Also, es war schon voll, aber irgendwie... Weniger als sonst hatte ich das Gefühl, dass ich war jetzt schon öfter mal in Amsterdam. Ja. Und hier die schönen Kanäle. Ähm... Ja. 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 Wunderschön. 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 Ähm... Genau. So. Dann ist nochmal hier auf die andere Seite. Blick. Blick auf die andere Seite. Seite. Hier ist nochmal ein bisschen von der Innenstadt was zu sehen. Und... Dann sind wir noch in einen Parfümladen gegangen. Wo er auch ein Läckerchen bekommen hat. Mega sweet. Ja. Das war richtig cute. So. Wieder back im Auto. Nicht viel gekauft. Nur etwas. Eine Bodylotion von Rituals. Und ein Parfüm. Sandal. 33 von Lelabo. Dann ging's nach Startzweiten. Aus Zufall. Ich hab wieder geguckt, wo es eine Route am Wasser ruhig spazieren gehen kann. Ja. Schokomell. Eigentlich trinke ich sowas auch nicht mehr. Wegen mich und so. Aber das musste einfach sein. Die hab ich entdeckt. Die Küche und Mühle war komplett platt vom Tag. Ja. Komplett platt. Hier ein bisschen Feuerase. Ja. Ich dachte mir, das sieht wirklich ganz cool aus. Feuer. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. Hier ist nochmal der Pipo-Wagen. Mit dem Bett drin. Aber wie gesagt, das wäre mir viel zu geil gewesen jetzt im Winter. Aber im Sommer ist es bestimmt richtig cute. Ja. Und dann ging's auch schon weiter. Sehr, sehr sad. Weil es da echt schön war. Ciao, ciao. Dein süßes Häuschen. Und, ähm, dann hab ich mir noch Honig mitgenommen. Esse ich sonst auch eigentlich gar nicht mehr. Aber die hatten da selbst eine Übkerei. Und das fand ich ganz sweet und wollte das unterstützen. Ja, hier war noch eine andere Sauna. Es gab auch noch eine beheizte Badewanne, die man draußen hätte nutzen können. Dann ging's noch nach Arnhem. So, Taco Bell. Ich lieb's nämlich, aber es hat nicht so gut geschmeckt. Und natürlich hat es so ein Fleisch. So, dann in Schäfningen. Das war das letzte Ziel. Schäfningen, Schäfningen. Ich hatte nämlich gesehen, dass das jetzt eine Nähe war, ziemlich. Und wollte dann auf jeden Fall noch nach Schäfningen. Hier war Müni am Spielen. Der andere Hund war auch adoptiert aus Rumänien. Müni kommt ja aus Ungarn. Müni kommt ja aus Ungarn. So schönes Wetter. Und diese Muscheln habe ich als kleines Kind immer gesammelt. Ich dachte, vielleicht könnte ich damit ein Armband machen. Aber nee, ich glaube, das klappt nicht so wirklich. Schön im Sturm. Speziell für den Müni. Ich bin so dankbar, wirklich, dass es diesen Hund gibt. Und das ist so eine Bereicherung von meinem Leben. Und ja. Hier habe ich einen Seestern gefunden, den ich immer wieder ins Meer geworfen habe. So, back to the roots. 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 Ich bin Müni am Spielen. Und ja. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr wieder mehr reisen. Und nehme euch immer sehr, sehr gerne mit. Und ich hoffe, ihr mögt die Vlogs und ja, ich habe Möni nicht losgelassen. Na gut, dann halt nicht. Und dann links wieder back home und Möni war so platt von der Reise. Ja, ich danke euch auf jeden Fall sehr, bis zu sehen und sage Ciao, Ciao, Ciao. Tschüss, Tschüss, Tschüss. Bye, bye, bye. Ciao, Tschüss, Bye. Bye.